So, warte, Leute, Leute, warte, ich brauche mich schon mal zu reden. Dankeschön, Raphael, für den, äh, Abo. Na, komm. Mega geil. Jo, moin, Leute, ich bin's wieder. Ich will wieder auf. Ich will wieder auf. Cowboy, sein Server. Wir müssen leider alles wieder neu machen. Es kotzt frisch an. Nehmen, äh, Gamer. Der hat uns getriebt. Ich hab mal Scheißdreck gemacht. Ihr hört, der ist wieder richtig aggressiv. Und ja. Ja, weil ihr mich immer für was beschuldigt, was ich gar nicht mache. Ja, du beschuldigst immer auch uns. Äh, genau. Und ja, ähm, wenn... Ja, weil ihr es ja auch immer seid, wenn ich getrolt werde. Warte, Leute, ich schick mal kurz mal die LP auf... Warte, Leute. Das geht nicht auf den... Hä? Warte, Leute, ich mach mal kurz auf dem Teamspeak hier die LP rausnehmen. So, hier, das ist die LP. Und ja. Also, wenn ihr Bock habt, ihr könnt euch bewerben als Bilder, Supporter, äh... Warum redest du eigentlich nicht? Ich schalte es mir egal, dass du jetzt grad... Und ja, und glaub, man macht auch glatt, äh, grad einen Livestream und hier... Oh Gott. Und ich glaube, bei mir hat's grad gelägt. Bei mir auch. Bei mir nicht. Also, sag mal, geh mal die Fresse. Genau. Fünf Zuschauer, Oma. Warte mal, Leute. Oh Gott, danke schön. Danke, 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 danke. Du nachts. Dein Flott, sag. Ich kann jetzt überall Volt-Edit benutzen, ne? Ihr weißt, ich konnte nicht überall Volt-Edit benutzen. Weiß, ihr wisst. Halt die Fresse, Gäber, sonst wirst du dir nach Hause und gebt dir ein Ding. Ey, Gäber, wenn... Ihr weiß ja nicht mehr, wo ich wohne. Warte mal, fand ich mal kurz 300.000 Stunden. Nein, 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 das machst du nicht. Ja, hör auf, du machst mich schon mal hier korrigieren, Alter, scheiße, so Leute. Ich auch. Ja, ich brech dir halt besser durch als du. Äh, ich zeig nicht, äh, ich zeig noch nicht mein eigenes Catcher Pack. Also, ich hab ein eigenes Catcher Pack, warte. Du hast ein eigenes Catcher Pack. Und ja, wenn ich 100 Abonnenten habe, mach den Catcher Pack releasen, ne? Also, wenn ihr Bock habt, ihr zeigt den noch nicht. Also, im nächsten Video mach ich bestimmt. Äh, 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 äh... Ey, geh runter von meinem Plot! Und ja, guck mal, was ich glaub so ein Skin hat. Leck da mein Po-Po. Leck da mein Po. Leck da mein Po! Musst du letztes Mal spielen, den will ich nicht in dein Po lecken. Leck da Schokolade. Und hier... Warte mal, ich... Und das ist das hier... Gäber, äh, Schweine, gäh mal was hast du, du Verräter? Äh? Bau. Ich glaube schon, wir spielen. das ist eine Verräterstruktur bauen nee will ich nicht was ist denn das eigentlich soll sind das ist von der Nähe das war die da war die Städte ich bin auch bei ihr die Klaas die 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 Ich baue jetzt einen Spawn. Ich baue einen Spawn. Ja, ich auch. Ich baue einen Spawn. Andu. Mach sofort Andu. Beide. Der mit dem Holz Andu und der mit dem Gras auch Andu. Geht nicht, wir wollen das nicht. Zylinder. Ihr wartet. Nein. What? Doch. Du machst eine Lüge. 16 und 1. Du machst jetzt Andu oder ich gehe und baue nicht mehr für euch. Haller, es soll aber, warum machst du so eine Scheiße? Ja, warte, ich sag Undu. Undu. Ja, ich hab jetzt Undu gemacht. Warte mal, aber ich muss doch noch Sachen, weil das gerade... Ah, warte mal, Leute. Ein Fern... So. Wie viele Zuschauer hast du? Ich? Nein, Leon. Ich hab gerade 13 Stück. 13?! Huh?! Geht gar nicht. Glaub ich dir nicht. Glaub ich dir auch nicht. Wieso? Weil du nicht mehr so viele Abonnenten hast. Wie viele gucken bei dir zu, Krachmann? Oh, nee. Aber es reicht viel. Ja, Mann. Ich hab nur 6 Abonnenten, aber... Krach, oder? Wer macht das gerade? Wie viele gucken bei dir zu, Krachmann? Ich war das leider. Ja, komm mal alle auf die... sofort auf die Surfer, wenn nicht, Alter. Komm ich zu euch. Koch! Und ihr weiß, was da passiert. Nein, schon wieder. Selbe Fehler wie eben. Ähm... Wer hat Bock mal, äh, Bell Wars zu spielen? Ich. Ich muss bauen. Auf der Hochzeit, oder? Ja. 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 Ich bin, nah, ich bin um. 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 stability-inb términer expectations. Ich bin um mehr so. Ja, wie heißt du in Minecraft? Du Du Appen. Du Uapen. Warte, kann ich auch schon mal... Warte, kann ich doch sie hören? Warte, sag doch mal... Nein, wie heißt du in Minecraft? Das ist nicht. I PARTIZEK runway. Ja, ist es nicht so Intelligent, er kann dich nicht. Ich habe jetzt noch in Einkauf Tout. irgendetwas mit Bettwurst Hallo Schreib mir deinen Kochnamen Nö, ich nehme dich an Dann infelte ich andere Warte, wie heißt denn du? Warte, ich heiße... Warte, ich schreib dir Sag es doch einfach! Geht nicht, ich weiß nicht Ach so... Oh, warte, ich schreib einfach Schreibstecker? Schreibstecker? Ich weiß, ich bin gespannt Ach so, das ist ein L, das ist ein kurzer L Großes L Oh, ne, ich bleibe in vier Sekunden, Alter! Oh, ne, nein, ich schreib dir Oh, ne, ich kenne dich nicht Wer hast du alles klein geschrieben oder was? Ey, komm mal, ne, mich doch einmal guckt Ich hab doch 10 Sekunden, bitte Ja, warte, du musst auch schon auf groß und kleinsteilung achten, schlau Ja, warte mal, ich muss kurz als Party rausgehen Party, äh... Party, äh... Party... 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 Oh, warte, ich schreib dir auch mal Leute Ist ein kurzer M Ein kurzer D Großes D Connection lost Ich muss mich wieder raus Nice Nee, das geht echt auf dem Satz Sorry Leute, das geht echt auf dem Satz Ich hab wieder rausgekommen Connected Hallo Geil, lang Äh, wer hat hier ein Echo? Hallo? Hallo? Puffball? Hallo? Hallo? User in your channel timed out User in your channel timed out User in your channel timed out Warum timen die alle aus? Nein, nein, nein Darf ich dich gleich nochmal verbessern, wenn du falsch sagst? Ja, weißt du 10 Sekunden wann? Ja, was kann ich dafür, dass es als falsch sagt? Es heißt, sie mich nicht weiß Es heißt, bis... Dann sag's beim nächsten Mal einfach... Bist du auch da? ... Dieser Catcher Pack ist körper ... ... ... ... Ach komm Yolo, ich nehm mein Catcher Pack Ihr werdet sehen wie das aussieht ... 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 Nein, jetzt zeigt einen Zuschauer. Oh nein, warte mal, Leute. Bitte verarbeiten. Nein, du heißt nicht diese LP. Warte mal, Leute. Ähm, warte mal. Hallo. Nein. Dafür, dass ich dich verbessern kann, musst du erst mal fehlen. Kommt alle zu, ähm, auf diesen Server. Die ist auf diesen Server falsch aufgeholt. Du hast aber, äh, Kampfboi immer mit diesen Server gespielt. Und ja. Ey, Basti. Hallo, Basti. Oho. Ja, guck mal, wer da ist. Kampfboi streamt gerade. Ja, schau. Und Leon auch. Weil du heißt ja nicht Leon. Wie heißen du noch mal? Louis ist nicht Pern. Ja, warum nennt sich da auch Leon? Ja, ich kann's halt. Hallo. Ich bin nicht so Louis, dann könnte ich dich auch Louis denn. Ja. Und alle... Ja, ich bin jetzt weg. Ja, komm vorher. Warum? Ja, kannst du mich jetzt Portier einladen oder so? Hm? Kannst du mich jetzt Portier einladen? Ja, ich bin schon vom Server runter, weil der Server am Arsch ist, alter. Ja, der leckt voll, ne? Ja. Ja. Komm, lass mich doch bei uns ein Server drauf. Kampfboi schon da. Kann ich jetzt immer noch überall? Oh. 4, 4, 6, 2, oh. Stimmt, das wollte ich mir ja auch schreiben. Ähm, Kampfboi, ich schreib dir mal kurz an. Da schreibe ich diesen Befehl, was mir... Weißt schon, ne? Kann ich aber schon mal... Anmachen. Connection lost. Sorry, Leute. Warte mal. Klop. K-E-A-N-Y-L-O-N-E-H-E-R-E. So, ich hab schon angeschrieben. Es muss eigentlich schon zu mir, warte mal. Zack und zack. So, jetzt kann ich auch... ...warte mal kurz an... ...das soll das Bond sein, was... ...und... ...verzeihung... ...und... ...und... ...kipp mal einen Daumen nach oben... ...und dieser Server... ...und feiert... so ist es hier ja also ja warte mal live stream ganz genau ich mache trotzdem spaß eigentlich lohnt sich das nicht leider schöne kugel alles ausschalten da da ja leute kommt alle mal auf diesen connected so jetzt bin ich wieder connected jetzt fliege ich wieder her hallo liegst du auf am test runter wenn es so weiter passiert dann kriegst du auf mir hochgeschäß verräter und verräter n 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 Ich brauche Hilfe. Ich bin schon wieder ein bisschen ausgetimed. Es geht mal richtig auf den Sack. Ey. Diese Time ist schon mal aus. Ist um wieder draufzukommen. Nee, okay. Ist das für euch auch so schlimm? Haha, ich werde auch als Ziel gekickt. Warum spricht DHD eigentlich nicht? Ich glaube, der hat keinen... Also, ich bin Kampffolge. Ich bin asozial. Warte. Du ihm erst... Du ihm erst... Du ihm erst mal sagen, was los ist. Move mich bitte in Support... 2? Basti. Basti. Hallo. Jetzt höre ich dich wieder. Was hat... Was hat er nicht? Du musst ihm erklären, was los ist, okay? Also, dass... Irgendwer... Das... Du musst ihm die Situation erklären, dass er beleidigt und dass ihm Supporten... Dass er mich supporten soll. Toy ist auch weg. Siehste? Er ist weg. Oh, Junge! Was denn schon mit... Hört er irgendwie meine Tastatur? Ja. Das... 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 Oh, nein! Das... 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 ich ja ich glaube dass ich sie höre ja du kannst in den Spiel bitte schau in die Infobox da ist äh Basti ja mein Gott bitte rede ein bisschen mehr Schock und Gott ist die Scheiß schon wieder abschmiert was soll ich reden? Ja irgendwas alter also wenn er gleich wieder draufkommt äh bitte ihnen sagen wie die Situation ist okay also dass er beleidigt und also du dass ich dich beleidige die ganze Zeit okay hm da steht er da okay tu ihm jetzt halt sag ihm dass ähm du musst aber du müsstest eigentlich in den Warteraum gehen ich guck jetzt doch kurz ähm nein wir sind hier drin ich hab dich beleidigt okay ja soll ich also ich ich hab dich beleidigt fertig ich hab dich beleidigt hat deine Mutter beleidigt alles okay fertig okay ich muss hallo hallo ähm wir haben hier ein Problem das ähm hier äh der Faul äh 1 zu 3 ähm beleidigt die ganze Zeit ja was soll ich denn sonst anderes machen alter lol okay äh wieso hast du stimmt zu sagen so behindert alter so behindert dieser scheiß Teamsteak alter äh 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 ja was GABA wer nennt sich denn GABA bitte ich schwöre ich 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 bann ich äh ich ich bitte bann mich doch nicht ich hab ich schwöre ich keine lust mehr ich weiß weil ich kann alter weil ich kann ich weiß nicht auf welch Stimmverzerrer erlaubst oder so keine Ahnung weiß ich kann nicht voll gemein alter kennst du das dieser Counter Basti der droht mir wieso ist es äh okay ja der droht mir meine Stimme ist zu scheiße um jetzt äh Stimmverzerrer auszumachen das hab ich ich hab jetzt echt keinen Bock mehr ja der scheiß Teamspeak erst jetzt ja und dann noch so scheiß äh äh Atmen hörte mich noch alter Connection lost Connection lost Oh Fick alter warum immer immer meine Teamspeaks alter Protection lost oder Estraturlach sein ist euch interessiert ja You were kicked from the channel. Okay, Lotto. You get out these, you can touch. Connected. Channel switched. Äh, bitte, wir gehen auf einen anderen. Oh, ich hab keine Lust mehr, ich fliege hier die ganze Zeit raus. Ja, ich auch. Ja, warum ist das so? Weil er mich... Oh, okay, ja. Ja, warum, äh... Ja, sorry, dass ich die ganze Zeit aushang. Ja, ja, ich time genauso aus. Oh. Kann ja, kannst du mir auch nachkommen. Ich muss mal sagen, ich... No, schade, das ist dein Stream Gucker, ne. Paul Schade, das ist dein Stream Gucker. Ja, ich bin nicht Spielkampfbräu, Alter. ich für meinen teil glaube ich habe es nicht gekauft ist ja wir müssen mal ein teamspeak kaufen alter ja dann zahlen wir alle mal zusammen ja teambesprechung ich sag nur teambesprechung also auf welchen gehen wir? man ey Leute wir gehen jetzt alle auf irgendeinen anderen teamspeak, weil ich habe keinen Bock in die dauernd disconnected, disconnected, disconnected. Kannst du auf nerox einen eigenen channel erstellen? wir gehen alle allesamt auf nerox weiß wir gehen alle alle samt auf nerox weiß und kaum vorher wüsst ihr mit der bewerbung oder so? ja angenommen fällig und kaum vorher wüsst ihr mit der bewerbung oder so? ja angenommen fällig ja was meinst du kampf, fällig? alles gut, ich geh erstmal auf nerox weiß nerox was meinst du kampf, fällig? ne ne ich meinte wen gerade eben wegen der bewerbung, was meinst du denn? disconnected ne ne ich meinte wen gerade eben wegen der bewerbung, was meinst du denn? user disconnected from your channel war die gut oder war die schlecht? einfach auf nerox weiß.com, tschö user entered your channel user entered your channel ah klar connected ich hab's geschafft dein passwort raus zu kriegen so da hat sich grad grad nicht gucken, aber user was moved out of your channel hallo passwort eins, zwei, drei channel created user entered your channel channel switched user joined your channel hallo das pw kampf woi ich hab's geschafft dein passwort raus zu kriegen u u u u u u Ich hab dein Passwort rauszukriegen. War mein zweiter Versuch. Der erste Versuch war 1, 2, 3, 4. War mein zweiter Versuch, es brauchte zwei Versuch. Aber er ist ja schwer, er hat das gemacht, okay. Was ist irgendwer, wie man Blöcke wegmacht und auf einmal ohne WorldEdit? Äh, nein, aber ich hätte ja sagen, wie das mit WorldEdit macht. Ja, mit WorldEdit weiß ich ja auch Gamer. Äh, nein, aber ich hätte ja sagen, wie das mit WorldEdit macht. Wo ist jetzt dieser Day-Typ? Der H.D., der wollte mir doch hier helfen. Wo ist jetzt der Wissen? Hat er mit dir geredet? Äh, nee, ich hab ihn gefragt, ihr wart da noch auf dem anderen so. Habe ich ihm gefragt, ob er mir beim Dach hilft? Äh, er hat ja geschrieben und jetzt ist er hier weg. Äh, er hat jemand Glas platziert. Äh, er hat ja geschrieben und jetzt ist er hier weg. Äh, er hat jemand Glas platziert. Äh? Äh, ja, ich guck den Leipzig mit auf. Nein, ihr guckt warum. Ich hab ne Idee, wir können doch auf den neuen Server ein... Nein, ihr guckt warum. Und den kann man mit, dann mit online spielen. Ich steck auf dich, was du meinst. Ich versteh ihn, was du meinst. Ich kapier's auch nicht. Aber mein Server ist gut, muss ich sagen. Ja, ist er auch. Ja, Gamer. Wann? Warum? Weil du Gamer bist? Ja. Na, das ist kein Grund. Nein! Nicht alles! War's falsch? Boah Leute, ich hab heute noch nichts gegessen, ist so schlecht. Ich hab wohl schon ne Pizza gegessen. Boah, ich glaub schon mal was zu essen, die Schwamm und was zu essen, komm dann wieder hoch. Ja, geh immer. Ähm. Pizza essen ist der tägliche Lifestyle. Ne, ich bin gleich wieder da. Und jetzt nicht jedenfalls der Pizza. Okay, bis gleich. Ach so, ne, manchmal ist der Döner. Stimmts? Ähm, eigentlich nicht. Ja, doch manchmal. Aber jetzt was die Pizza oder Döner. Nur heute meine Oma irgendwie, die kann nicht kochen meiner Meinung nach. Jetzt was die macht, schmeckt nicht. Und deswegen holt sie mir meistens irgendwas. Meine Oma kauft immer Fertigprodukte. Ja, nee. Ja, ne Pizza, wenn sie die holt, ist die ja auch fertig. Ist ja auch ein Fertigprodukt. Und ganz ehrlich gesagt, ich kann Fertigprodukte so überhaupt nicht laden. Ich spiel gerade mal eine Stunde. Oder zwei Stunden? Ich bin gerade erst online gekommen. Ja, ich glaub ich spiel erst eine Stunde. Ich darf heute dreieinhalb Stunden spielen. Wow, Gamer, übertreib nicht. Ja, normalerweise darf ich am Tag noch eine Stunde spielen. Weil ich die letzten Tage nicht lernen sollte, konnte ich meiner Mutter darüber reden, dass ich meine Stunde nachholen darf. Heute. Dass ich dafür heute halt länger spielen darf. Dann müsstest du aber zweieinhalb Tage nachholen. Nee. Ich hab... Zwei Tage konnte ich nicht an meinen Computer, weil ich lernen musste. Und da hab ich immer, äh... Ich muss natürlich dafür, dass ich meine... Dafür, dass ich meinen anderen an meinen Computer gehe, was kriegen. Und da würde ich halt ne halbe Stunde länger spielen. Gamer, darf ich dir etwas sagen? Ja. Interessiert mich nicht. Ich weiß. Ich dachte jetzt kommt sowas wie ich bin dumm. Achso nein, das hab ich schon vergessen. Das war... Aber... Gamer. Würde echt frech von dir, dass du vergessen hast. Schnauze. Was hast du da grad gesagt? Schnauze. Der Mensch hat keine Schnauze. Der Mensch hat einen Mund. Gamer, sei einfach leise. Leise. Was ist das für ein Wort? Ist das ein Num oder ein Adjektiv? Gamer, ganz ehrlich. Ich... Bitte... Asch einfach den Schnauze. Oder wie manche in Österreich gerne sagen... Halt deinen Schlapfen. So Leute, da bin wir ja da. Hab mir was zu essen gemacht. Ah. Was hast du denn gemacht? Ravioli. Mh, geil. Oh, du kannst kochen. Halt die Fresse. Was kann ich ja gar nicht spannen. Warum? Auf meinem Server. Auf dem TeamSpeak. Auf dem TeamSpeak. Auf dem TeamSpeak. Ja, auf dem TeamSpeak du mich nicht fand. Zum Glück. Die sind auf dem anderen TeamSpeak. Ich ja scheiße. Boah, jetzt bin ich auch wieder so richtig krass drauf mit reden und so. Warum fliegst du hier als im Wendisch rumkampfbrüch? Ich bin wenn nicht. Oder bist du das im Wendisch? Ja, du warst im Wendisch. Das war, du krass. Na wer das war? Was warst du? Die Server IP? Nein, das war... Du hast schon was gekorrigiert. Du hast schon was gekorrigiert, Alter. Habt's gehört? Hä, wie denn? Was hab ich gesagt? Ich hab Kampfbeut bei der Lastschule geguckt. Ja, was hab ich denn gesagt? Wahnsinn. Uhhh, denn.... Wenn ich mal... Wenn mal wieder beim Testen sein... Ich zeig dir da mal was. Jööy? Das wär echt richtig! Der kann ich auch nochmal hier. Warte mal, ey... Ich hab nur... conducted место E medischeépend ____. Der bedeutet gar Bonothek zu Vamos öffnen.... Nein, bei würde ich auf Berlin, die ich mal lieber curtain gemacht.... Diese mal krass gehen... äh, kamst du wohl dieser Typ, der sich da eben beworben hat, kommt der noch? Nee, der weiß der IP nicht. Dann geht mal jemand auf meinen Teams Weg und tut den, ähm, was die IP sagen. Gamer, tschüss. Warum ich? Ja, weil du, äh... Weil du Gamer bist. Ja, aber ich baue. Ich, ich soll doch nur hier bauen. Ich kann alles machen. Geh, einfach. Ich. Warte. Ja, das Problem. Neon. Ja. Weißt du, wie man, äh, wie man alle Blöcke zu steuern kann, ohne Worldedit mit der Command? Er ist nicht mehr auf dem Teamspeak. Ey, da ist einer Neu! Das ist, äh, ein Zuschauer von mir. Warum, warum hab ich eigentlich auch einen weißen Namen? Ich kann erst mal High sagen. Weil du Gamer bist. Ja, ich bin doch Bilder. Als Bilder könntest du auch eine Farbe kriegen. Äh, nö. Erst wenn, äh, wizard Snoopy einen hinzugefällt. Äh, ich glaub, die hackt, die kriegt noch, noch weg. Ja? Ja, lass sie die doch auf. Wir haben hier eh nicht, wo man, äh, wo Hacken was bringt. Die hackt, die hackt. Wir haben doch eh nicht so Hacken was bringt bis jetzt. Guck. Wett, wett was da so haben wir eh nicht. Ja, bann. Hä, warum haben wir, es bringt doch eh nicht die Hecks. Doch. Wofür, was denn? Sie können alle lösen Survival spielen. Und da ist sie auch eh alleine. Hacker werden gebannt, ganz ehrlich. Darauf hab ich kein Bock. Ja. Dass irgendwelche Leute einfach hacken. Warum? Wer hat mir jetzt Game Mode weggenommen? Ja, du. Nee. Völlig. Guck doch mal an die Konsole. Was? Hast du noch keinen Game Mode, oder wie? Ja, jetzt wieder. Ich geh erst. Ja. Ja. Ja, ich sag mal, vielleicht ist sie einfach verdientlich und hattest die ganze Zeit schon eh, ähm, das äh. Oh Gott. Die ganze Zeit schon Game Mode. Ich bin ja runtergefallen, also hatte ich nicht die ganze Zeit. Ich andu. Ich andu. Ich andu. Ich andu. Wir bauten hier hinten auf dem etwas größeren Block. Ich andu. Ich andu. Ich andu. Nubi. Nubi hat jetzt zwar eine Farbe für Supporter gemacht, aber keine für Bilder. Weil er dich nicht mag. Genau. Keine Ahnung. Niemand mag dich, Gamer. Und? Ich lecker. Genau. Ach so, oder nicht? Seien das? Nein. Zum Tor. Zum Tor. Aber wer hat mich jetzt gekillt? Du dich selbst. Genau. Äh. Also Minimi Checker. Minimi Hacker. Sorry. Ähm. Man hat eindeutig. Also wenn du jetzt. Du hast eindeutig gehackt. Wie heißen die eigentlich? Doch. Die Kuh muss getötet werden. Sie hackt. Runde. Gamer ist das was sonst so n süßen Skin. Wusstest du das schon? Was? Ich hab dir nicht zugehört. 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 Wir baut ihn hier auf meinem Nachbarblood. Halt die Fresse Gamer. Gamer. Ja das sieht bisher so gar nicht so scheiße aus der Berg. Halt die Fresse Gamer. Genau. Oh der Berg sieht gut aus aber es laggt. Halt die Fresse Gamer. Warte mal. 2 FPS 1 FPS. Warte mal. Gamer hat jemand aus dem Game Mode gemacht. Äh. Geht mal. Bitte. In Vanish. Und äh. Tut mal noch ne Runde. Noch mal. Äh. Tut mal bitte noch ne Runde. Beobachten. Ja ich mach schon. Ich mach schon. Okay. Die kriegt schon mit dein No Knockback alter. Ja. Warte. Ähm. Gibt es auf deine Server. Kein. Hä wo ist sie denn. Will die mal. Äh. Lass sie bann alter die Hack die Hack die Hack die Hack die. Let's replays. Äh. Gibt es auf deine. Gibt es auf deinem Server ähm. Hä. Ich kann. Hä. Kein Trocken Kommand nach. Nein. Ich kann hier Outplay FNA gar nicht schlagen. Weil ihr es raus gemacht hat. Weil ihr einfach nur Scheiße mit macht. Wird nichts gemacht. Wird es nur wie Bilder ist falsch. Nochmal bitte äh kontrollieren. Hey. Ey die hackt man. Die kriegt nur noch Back. Ja war voll Scheiße. Ey die kriegt nur noch Back. Hallo. Komms boy jetzt hat er den Rang Bilder gemacht. Ja den hat er jetzt auch schon gemacht. Bilder ist falsch. Es fehlt das U. Ey. Kampf boy lass die Band bitte die. Nein warte wir gucken erst mal. Die hackt wirklich rein. Weil ich. Ich hab sogar VT Beweis alter. Ich hab live streamer. Kannst sogar gucken. Okay dann guck mal nach Outplay bitte. Kampf voll. Geht es eigentlich dass ich. Ja Outback kann man schlagen. Kampf voll geht es eigentlich dass ich. Ich hab normal noch Back und so. Ja. Kampf voll geht es eigentlich dass ich. Ich hab einen Plot genau neben meinen anderen Plot bekomme. Ja. Flashplot claim. Und dann muss halt auf dem Plot stehen was du haben willst. Flashplot. Ach Gott nein. Wie behindert alter. Ach Zuschauer. Oh mein Gott. What the fish. Ich guck den stream noch nicht mal mehr. Willst du einen neuen Zuschauer haben? Dann guck ich ihn jetzt. Ach Zuschauer. Bilder sind richtig geil. Ich hab zwei. 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 Zorn. Und hier. Okay. Und Kampf voll. Wie kann ich jetzt zwei Plots verbinden? Ähh. Kann man nicht verbinden. Riders. Mach ich es so wie ein anderes. Ich mach es gleich nicht. Und. Baut. Mach es so wie ähm. Ding es gemacht hat. Die Pace. der berg da drüben sieht nicht mal mega gut aus eigentlich das gegenseit von oben drauf müsste man halt noch mit bs muss das machen aber ich würde mich gerne bewerben was wird denn alles dann würde ich mich gerne als moderator bewerben ja ich habe früher eigene server netzwerken gelaufen wo auch wirklich dann auch cloud haben also ein cloud system haben wo mehrere server einmal liefen und wo schon so durch den 30 40 spieler waren also ich habe viele formen im bereich support moderation und administration und ts-technik also ich weiß schon wie man mit sowieso umgeht sag ich mal so also meine stärksten sind erstmal ich kann mich gut durchsetzen ich werde nicht immer aggressiv kann mit leuten gut umgehen ich bin freundlicher mensch meine schwächen sind ich hasse es wenn jemand sagt hey ja bald kommt das event aber ne darf ich nicht sagen also sowas kann mich schon echt aufregen ähm ähm ok wie alt bist du anfangen darf ich bin 14 ok das ist gut bist älter als ich zwei jahre also das klingt schon gut warte mal also ich bin genau neben dir ich bin der schwein ne ich bin ein bisschen ah das was ich dir ein bisschen Geld gegeben hab ne oh ja und ja wie findest du mein skin nice halt schwein willst du von mir haben äh ne danke ok ähm da ist noch einer drin ok da hat ein 7 skin des bestimmten hacker wie heißt der dings äh der krampfzeug ist wieder da ich hab den die ganzen welchen töten und die stets jetzt wo ist gestorben äh ich werd die ganze flüge schlagen hey das klingt richtig gut aber bis 14 wo es schon test äh tts test nicht mehr du hast eigentlich gut gesagt also wie viele waren eigentlich zwei hier drauf auf dein tts das ist das die Frage nochmal hallo 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 das ist das die Frage 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 Connected User in your channel timed out User in your channel timed out User was moved to your channel User was moved to your channel User was moved to your channel User in your channel User was moved to your channel User was moved out of your channel you I 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